Athleten aus Zwickau weilen seit Jahren zu einem internationalen Leichtathletik-Wettbewerb in der Partnerstadt Dortmund. Daraus ist eine enge sportliche Beziehung entstanden. Die 900-Jahr-Feier der Stadt Zwickau war nun feierlicher Anlass, nach dem ersten Partner-Städtelauf vor 25 Jahren einen zweiten Lauf zu starten. Selbstverständlich waren wir auf der letzten Etappe mit dabei. Laufwerk von Hand für den Fuß präsentiert den Beitrag des Städtelaufs Dortmund-Zwickau. Der außergewöhnliche 46-Stunden-Lauf von Dortmund nach Zwickau endete vergangenen Sonntag mit einem begeisternden Zieleinlauf. Und hier laufen sie ein, die Läufer, Dortmund-Zwickau vom Städtelauf, plus natürlich alle, die Lust hatten, heute letzte Woche mitzulaufen und das Ganze zu unterstützen. Die 19 Läufer wurden dabei auf den letzten 10 Kilometern ab Werdau von etwa 50 weiteren Läufern begleitet. Begonnen hatte diese Endlos-Staffel am 18. Mai auf dem Friedensplatz in Dortmund. Oberbürgermeister Ulrich Sirau schickte die Gruppe auf die nun anstehenden 480 Kilometer. Von nun an ging es im 10-Kilometer-Rhythmus gen Heimat. Meist auf Straßen und Wegen durch Felder und Wiesen, schließlich auch durch Unna, Soest, Bühren, Warburg. Dann südlich Richtung Herkules in Kassel und ein Stück weit entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Nun teils durch Wälder, weiter nach Eisenach mit Abstecher auf die Wartburg. Zwischen Waltershausen und Gutter auf die Brückgleichen, durch Armstadt und Gera nach Sachsen. Respekt, Begeisterung und Bewunderung, Zuspruch, Applaus und Aufmunterung erreichte Abwerda noch einmal einen letzten Motivationsschub. Mit Oldtimer-Curso ging es die letzten 1,5 Kilometer Richtung Rosenwiese. Erschöpft aber glücklich über die erbrachte Leistung, äußerten sich die jüngste und der älteste Teilnehmer des Laufes. Ja, also es war alles wunderbar vorbereitet. Wir sind immer mit dem Wohnmobil vorgefahren. Ja, hatten natürlich heutzutage die Navigation relativ einfach, sodass die Wohnmobile pünktlich dastanden. Und dann klappt das wunderbar, dass die, die dran sind, aus dem Wohnmobil raus und die, die fertig sind, ins Wohnmobil rein zum Ausruhen. Ins Wohnmobil rein zum Ausruhen, was war das erste? Eine Dose Cola oder Schlafen? Ja, also wir haben uns alle erstmal ausgeruht nach der Anstrengung. Also wir waren alle deutlich erschöpft und das war, ja, also genau. Gibt es denn Blessuren von diesen Strapazen, so muss man das ja sagen? Ja, also ich habe zum Beispiel mir ein bisschen weh getan und andere, die haben auch Muskelkater und alles Mögliche. Also es ist schon, ja. Und jetzt, es holt eine Reihenfolge. Was trinken, duschen, was essen oder welche Reihenfolge gibt es jetzt? Ach, mit Duschen ist noch Zeit. Jetzt haben wir zwei Tage nicht geduscht. Da kommt es jetzt erst eine Stunde Honig drauf an. Jetzt wird erstmal ordentlich getrunken, ordentlich gegessen und dann sehen wir weiter. Das ist ja eigentlich auch Grund zum Freier. Also dieses Wochenende sind eigentlich Pokalspiele. Normalerweise hättet ihr auch einen Pokal verdient, oder? Ja, ich denke schon. Also das ist schon, ja. Wir freuen uns, denke ich, alle, dass wir jetzt hier sind und dass wir es geschafft haben. Wie auf der gesamten Strecke war auch beim Zieleinlauf Petrus auf Seite der Läufer. Unter die Läufer hatte sich auch die Oberbürgermeisterin gemengt. Es war heute normal, die kurze Strecke zu laufen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich aktuell wenig Zeit habe, um selber Sport zu treiben. Meine freie Zeit, die verbringe ich jetzt mit meinen Enkelkindern. Aber es hat trotzdem noch gereicht, um von Weißenborn hierher zu laufen. Aber kein Vergleich zu dem, was die 19 Läufer vom SV vorwärts geleistet haben. Oder auch mein Kollege aus Wehrdau, der die letzten 10 Kilometer von Wehrdau bisher nach Zwickau mitgelaufen ist. Also fantastisch alles. Ich bin überwältigt von dem, was uns die Sportler hier geboten haben. Geschenkt haben ja eigentlich, war ja eigentlich die Idee von SV vorwärts. Ja, das ist das Geburtstagsgeschenk an die Stadt Zwickau. Im Vorfeld haben sie mir die 900 Jahre Startnummer geschenkt. Die habe ich natürlich heute angelegt. Und es war rundherum eine gelungene Veranstaltung. Wie bereits erwähnt, gilt dem Ausrichten den SV vorwärts, den Helden dieses Etappenmehrfachmarathons und allen Sponsoren ein Dankeschön. Laufwerk von Hand für den Fuß präsentiert den Beitrag des Städtelaufs Dortmund-Zwickau.